Wie kann ich eigentlich mein Webcam-Video in einem Kreis abspielen? Nun, das ist ganz einfach, wenn Sie eine aktuelle Version von Camtasia haben. Die Version 2021 bringt da ein schönes Feature mit. Aber ich möchte Ihnen noch einen zweiten Weg zeigen. Das heißt also hier mal die erste Variante. Sie wählen das Webcam-Video aus, wählen das Zuschneidewerkzeug und schneiden das Video jetzt auf eine Größe zu, dass es quadratisch ist. Und zwar sehen Sie hier im rechten Bereich Breite und Höhe. Sie können das auch eingeben. Also einfach 180 und nochmal 180. Dann ist das zugeschnitten. Und dann gibt es einen neuen visuellen Effekt. Dieser visuelle Effekt heißt Eckenrundung. Und den ziehen Sie auf dieses Video rauf. Und jetzt können Sie diese Eckenrundung einstellen. Und je größer Sie das ziehen, desto besser wird das ein Kreis. Das heißt so, ich schätze mal, dass es eigentlich genau bei 360 Grad ein Kreis sein müsste, weil wir 180 hier oben haben. Also gehen wir mal 360 an. Und dann haben wir unser Video hier in einem Kreis. Und dass es ein Video ist, das sieht man. Es bewegt sich hier noch und wird noch abgespielt und so weiter. Das kann man dann auch beliebig vergrößern und verkleinern, so wie es halt die Webcam entsprechend hergibt. So, das machen wir mal rückgängig, bis wir wieder in unserem Ausgangsformat sind. So, die zweite Variante ist eigentlich deutlich einfacher, aber man muss eben etwas weiteres beachten. Also, wir zeichnen eine Anmerkung und zwar einen Kreis. Den finden Sie hier, hier unten diesen gelben. Den ziehen wir hier drüber auf unsere Leinwand. Jetzt erstellen wir den Kreis so lange, wie das Video dauert, so lange, wie das Webcam-Video dauert. Und ziehen diesen Kreis hier auf das Bild von mir. Damit man besser sieht, was man macht, schalte ich hier immer so ungefähr 50% Transparenz ein. Und wenn ich einen Kreis behalten möchte, drücke ich die Umschalttaste beim Verkleinern und ziehe den Kreis an die Stelle, wo mein Video angezeigt werden soll. Also, ich würde mal sagen, so ungefähr. Dann packe ich die Deckkraft wieder auf 100 und verwende jetzt einen neuen visuellen Effekt nochmal. Und der heißt Medien-Spurmaske. Und den ziehe ich einfach per Drag & Drop auf den Kreis. Und dann, wenn hier rechts in den Spurmaskeneigenschaften Alpha-Kanal ausgewählt ist, dann wird das hier sozusagen auch direkt freigestellt. Tücke. Wenn ich jetzt hier vergrößere, vergrößere ich nicht mein Bild mit dem Inhalt, STRG-Z, sondern nur die Maske. Deshalb müsste ich vorher beide Elemente zu einer Gruppe zusammenfassen, STRG-G und dann kann ich dieses Element wieder etwas größer ziehen, so wie ich möchte. Aber ich sehe die Außenumrandung des Originalvideos. Das ist ein bisschen schade, aber so ist es. Und so kann ich das entsprechend auch machen. Also erste Variante, Bild zuschneiden und Eckenrundung verwenden. Zweite Variante, einen Kreis oder das Objekt, in dem wir angezeigt werden sollen, verwenden. Und dann ganz einfach das Ganze über einen Spurmasken-Effekt zusammenbauen und gruppieren. Viel Spaß beim Nachbauen. Die Daumenтовung des Originalvideos Vielen Dank.